hey munis heute gibt es wieder ein neues video und zwar präsentieren wir euch heute die figuret minis da gibt es verschiedene es gibt zum beispiel sailor moon sailor mercury sailor mars jupiter und winis ich habe jetzt hier die drei und möchte euch heute ganz speziell sailor moon vorstellen denn die figur ist relativ neu auf den markt gekommen hierzulande auch ist eine kleine süße figur von tamashi nations und bandai und ja wir schauen mal was die so kann und hier gleich gebrauchsanweisung so ihr kennt von den es hier seht ihr schon austauschbare elemente das sind jetzt ihre arme das tolle an diesen figuren ist dass sie sehr beweglich sind auch die arme etc also man kann sie sehr cool in pose setzen für seine vitrine und von der verarbeitung finde ich es auch sehr schön auch viel liebe mit detail zum detail mit den ohrringen und hier seht ihr ein loch wozu hat sie ein loch naja es gibt ich weiß es klingt jetzt wird ein ständer dazu einen aufsteller ich nenne es mal so so damit sie dann auch stehen kann so von denen gibt es wie gesagt die inner senchi ich hoffe dass die auto senchis auch noch dazu kommen weil die dürfen natürlich echt nicht fehlen und natürlich auch tuxedo mass etc und ja uns gefallen diese total und wir freuen uns einfach dass wieder ein stück mehr sailor moon hierzulande erscheint was sagt ihr gefällt euch es holt ihr es euch schreibt es uns in die kommentare wir freuen uns bis demnächst dann ciao